ARD Text im Auftrag von Funk Wartet, ich habe einen Upgrade. Bad Client darf, nein, nein. Ah, falsche Tasche. Kugelsicherer Panzerung, das wäre etwas. Cat1 brauche ich nicht. Kampf, Bombe, Schub. Nein, ich nehme Kugelsicherer. Kugelsicherer Panzerung. Wird einfach so schnell, wenn es die abschiesst. Ja. Ja, jetzt übertriebs mal nicht. Na los. Okay. Da. Ich sollte zurück zur Ladebucht gehen. Nur so komme ich zu Joker. Jetzt da hoffe. Ja. Ja so. ist da irgendjemand ok also immer wir uns jetzt beachten ein Trophäe hallo ja und jetzt ich sollte zurück zur Ladebucht gehen nur so komme ich zu Joker ah abstossend stoss den Shit weg ich verstehe jetzt gar nicht was ich machen muss eigentlich muss ich wegnehmen damit ich die Trophäe kann ah da ist irgendetwas hä äh quinn hat mich Zeit gekostet ich muss weiter Joker suchen ja wir sind zurück wahrscheinlich habe ich die Fallstücke wo bin ich gekommen rettina ich sollte zurück zur Ladebucht ah nur so komme ich zu Joker jetzt mach auf ja das ist kein Plan das ist Selbstmord er macht mir keine Angst die Tür ist zugeschweißt und er ist nur ein Spinner in einem Kostüm ok und das gehört niemand dass das Riese geht wieso hast du es haltet jetzt endlich mal das Maul und macht euch fertig das gefällt mir genauso wenig wie euch wir haben nur eine Chance ja aber zwei sind schon tot das macht einfaches Game für moi und oh Merci 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 Protokoll 10 ... 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 Geheimnisvolles Zeug da, ey! Hm, wer hat so einen Strom hier? Nein, jetzt nicht. Ah, warte, das heisst, ich könnte ja... Hier bist du aus der zu langen Sandroute, hässliche Bledermann! Schlappst du, du? Warte falsch! Oh! Ah, und jetzt ziehst du ihn zurück! Alles voll auf mich drauf! Oh! Oh, ist das der erste Boss? Ja, er muss natürlich mit Kollegen... Oh, der fuhle Ficker! Halt still während ich dein Gesicht in den Tricks! Gehen Sie meinen Tricks von Mr. Jack! Ah! Achtung! Oh! Oh, der hat seine eigene Kollege! Was wird weh tun, du Missgeburt? Was ist Missgeburt? Ich werde dich begraben! Ich werde dich begraben! Du kannst dich nirgendwo verstecken, B-Man! B-Man! Ich bin nicht der B-Man! Das ist doch ein G-Man! Ich werde dich begraben! Achtung! Ui! Hi! Ich meine, ich komm mal! Was macht denn deine Gottriechler? So! Ich werde deine Einzelkarte den ganzen Rauch verschreuen! Mach doch! Ja! Yes! Yes! Ah, das ist nicht der! So ein Betrug! Wieso? 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 Du! Geh mir sofort aus dem Weg, Quinn! Lass uns in Ruhe, Batman! Geh, lass mich mit ihm allein! Ich hab gesagt, aus dem Weg! Hm! Das ist alles deine Schuld! Seit Jahren stellst du ihm nach! Schlägst ihn zum Reich! Und du sagst! Wieso bist du so gemein? Das ist nicht der Joker! Ah! Bist auf den alten, kranker Joker-Witz reingefallen, Batman! Nächster Schlagmann! Nächster Schlagmann! Okay! Klingt als würde der Detektiv den Joker eine Weile beschäftigt halten! Gut! Dann hat das Kätzchen mehr Zeit zum Spielen! Und was jetzt? Helfe ich der großen, starken Sahneschnitte oder helfe ich mir selbst, indem ich mir alles nehme, was Professor Strange in seinem Tresorraum hat? Ich weiß! Keine leichte Wahl, was? Hm... Was werde ich tun? Crocs suchen und dazu bringen ein Loch in den Tresorraum zu schlagen? Pinguin um etwas Sprengstoff bitten? Nein, zu stil los! Ich bevorzuge es solchen Dingen eine weibliche Note zu geben! Bleib wo du bist, Ivy! Ich komme dich jetzt holen! Oh! Es ist eine Catwoman! Ich muss meine Sachen aus meinem Apartment holen! Ohne meine Sachen habe ich gegebenen Sie keine Scheisse! Ohne sie wäre ich nackt! Ja, bist du ja schon so eigentlich? Aber ich denke, da machen wir im nächsten Mal weiter! Muss ich da speichern? Nein, das macht es gerade von einem Like! Ist geil, ich liebe diese Serie! Zu heftig, zu heftig! Also... Ähm... Ja... Also mir gefällt natürlich ein schöner Bitch-Slab auf den Like-Button! Wir wissen es, wir kennen es! Und natürlich wäre die Serie auf Twitter verfolgt, ein Abo da lassen! Und dann bist du immer gleich auf dem neuesten Stand, wenn die neue Folge draus ist! Aber das ist jetzt um selber zu lassen! Also! Wir sehen uns das nächste Mal! Wenn es wieder heisst Batman Arkham City! Bis zum nächsten Mal! Tschüssü! Tschüss!